Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TrakiSankerOnline Heute wieder in der Wüste, denn Wüste Versuch Nummer 2 In einem Kommentar wurde mir gesagt Ey du bist voll idiot, du bist ja keine blaue, blaue Items man Äh, joa, blaue Items habe ich da deswegen nicht mitgenommen Weil das Inventar sonst hart zumüllt und Boah lol, perfektes Timing Das Inventar ist gerade eben voll geworden Das heißt, jetzt kann ich das Zeugs verkaufen anscheinend Wirklich voll geworden oder ist es nur eine optische Täuschung? Ne, ist tatsächlich voll geworden, so jetzt kann ich das Zeug verkaufen Also anscheinend, ja wie gesagt, alles mitnehmen, habe ich jetzt gemacht Hab mir vorher natürlich auch wieder das Zeug hier gemacht Natürlich ist die Zeit noch nicht fertig, ist ja eine halbe Stunde fahren Und ich habe, äh, so, wo der Buff noch bei einer Stunde 20 Minuten war angefangen Das heißt, ja gut, vielleicht auch eine Stunde 19 Minuten Das heißt, äh, bis 50, 49, bis der Buff da runter geht, werde ich halt noch farm Äh, um halt zu gucken, äh, ja, bringt das jetzt mehr oder nicht so viel Sekunde, Sekunde Hier war eine Waffe, die muss ich mir noch kurz nachgucken Die habe ich auch noch eine Waffe, die muss ich mir noch kurz nachgucken Äh, das kommt hier hin Dann ziehe, halte ich, äh, ja, das spare ich mir ja auf fürs Craften Werd am Ende dieser Runde auch, äh, mir einfach mal die Blöße geben Und mal ein paar Runden Craften, äh, was heißt Blöße geben Mit meinem Glück versuchen, mal eine Runde gambeln quasi Und hoffen, dass ich, äh, vorankomme Ja, wie, wie quasi mein neues Ziel aussieht Wurde ja quasi im letzten Video erfolgreich geschätzt Und mehr oder weniger sind das halt auch echte Werte Ich meine, es kann, äh, wie eben, äh, wie eben ein Fred noch gesagt wurde Ja, es kann halt auch noch sein, dass du in den neuen Grotten, äh, hier Speedrunen erfarmt bekommst Und es kann auch sein, dass dir der Blutmagier Ne, falsche, falsches Pet Ey, so, hier das richtige Pet Dass hier der Blutmagier dir auch die Runen droppen kann und dadurch, äh, etwas mehr hat Aber ich weiß nicht mehr, wie gesagt, glaub, das hab ich auch im Video gesagt Ja, wie gesagt, da kann man noch Zeit runterstellen Allerdings, naja, hm Eher weniger, oh, ich muss darauf achten, alles mitzunehmen Äh, in den Zwischenwelten ist es halt wirklich so, dass, äh, wenn du blau, äh, mitnimmst Dass dein Event einfach viel zu voll ist Wobei, das vollkommen geht auf Infernal 3 Weil da so gut wie auch kaum mehr blau, äh, blau droppt Weil sie dann droppen da 5, äh, lila Items Und dann ist dazwischen ein blaues Item Und das wird mehr Zeit kosten, äh, hier Die, äh, die alle einzeln anzuklicken Ja, selbst respawned Das wusste ich halt nicht Gut Kann, äh, kann man sich natürlich jetzt auch noch etwas Zeit ersparen Aber ich glaub halt eben nicht, dass, äh, ich mehr Gold jetzt hier, äh, hier mit rausgehe Als, in der Zwischenwelt Weil dafür ist die Zwischenwelt dann einfach zu krass Äh, ja, vor allem wenn man die Bosse relativ schnell hinkriegt Ich sag mal so, mit, äh, hier, erhöhten Essenzen kriegt man nochmal einiges an Zeit runter Also vor allem beim Boss kann man mit lila Essenzen oder rot Essenzen, äh, den Boss definitiv nicht aufstrecken Und einiges an Zeit noch rausholen Bei Q5 habe ich mir allerdings jetzt hier die Q ein bisschen kaputt gemacht Indem ich einen Run aus Versehen Infernal 4 durchgelaufen bin Und naja, da ist jetzt halt der hier Ist jetzt hier der Rekord bei 4 Minuten 33 Ist jetzt auf Infernal 4 Modus Ja, jetzt ist meine wunderschöne 2 Minuten 15er Zeit weg Und jetzt kann ich halt am Ende der Season nicht mal nachgucken So, oh, was war meine schnellste Zeit, hm, das ist relativ schade Dass ich das jetzt nicht mal nachgucken kann Aktuell haben wir, hallo, haben wir das Neumond Event Wie quasi gestern angekündigt, dass es heute kommen wird Da werde ich, äh, da hatte ich mir grad so, müsste nicht eigentlich das Neumond Event sein Und, ja, aber anscheinend kam das, taucht das hier nicht auf Und dann hab ich grad mal eben nachgeholt und dachte mir so, oh jo, ist da, okay Ich hab dann, äh, vorher nochmal mein Terribuff, äh, weggefarmt und dann gesagt So, jetzt farm ich, äh, doch einmal die Wüste Weil, bevor ich mich jetzt in den Kommentaren die ganze Zeit sage so Ne, bla bla bla, mach ich mal noch ein Video, nimm mal die Blauen mit Vielleicht liege ich ja falsch Ach, bevor ich, äh, mich da in Rage, äh, blabber Ja Ja Mach ich lieber Nochmal hier Power Also, farm ich lieber hier nochmal ne Runde Und ich muss sagen, dass mit diesem, man, es, es müll zwar schon echt hart voll Weil, wenn ich jetzt überlege, ich könnte, äh, wie geil gesagt, das alles, was ich grad gehabt hab Also, gesagt mal, könnt ihr eineinhalb Stunden drin verbringen und mein Inventar wird nicht voll werden Leider, äh, spart man sich halt das Verkauf an Zeit Allerdings Dadurch, dass ich so viel Inventar mittlerweile in meinem, äh, Inventar halt Daher ist es so viel Platz Dass ich so viel Inventar in meinem Platz geschaffen hab Genau Das wollte ich grad anfangen zu sagen Easy Geile Satzumstellung, Alter Inversion des Königs Äh, wie heißt es, dass ich so viel Platz in meinem Inventar geschaffen hab Ja, ist dieses, äh, ist dieser Effekt Gar nicht mehr so krass da Das heißt, es könnte schon durchaus sein Dass diese, dass das hier sogar echt, ähm, mehr Gold bringen könnte So, ich geh jetzt noch den Käferblatt machen, denn ich bin jetzt bei 49 Minuten angekommen Äh, dann dürfte das auch fertig sein Also, wie gesagt, dann ist die halbe Stunde vorbei Dann verkaufe ich alles Hab mir vorher auch aufgeschrieben, bei wie viel Gold ich vorher war Und dann wieder mal zwei Bei, bei, ich glaub beim letzten Mal waren es irgendwie 1200 Gold, die ich gemacht hab Scheint wohl mehr zu werden Wenn ich jetzt grad schon gesehen hab, ist es jetzt bei 500 Gewesen Wobei, boah Ich glaub fast das gleiche Dann ist meine Methode dann doch besser gewesen Wie gesagt, auch wieder mit Run-Speed-Buff So, man nimmt natürlich, könnte man sagen, noch plus, fünf, minus, 16 Gold So, aber, wie viel hatte ich Wie viel hatte ich Ich glaub 37.000 Hab's mir ja hier irgendwo aufgeschrieben Sekunde Ja, hier doch 37.000 Und 436 Wann vorher Ich bin jetzt bei 38.000 0, 4, 8, minus, 3, 7, 4, 3, 6, mal 2 Ja, gut 100 Gold gibt's anscheinend mehr Die man dann doch bekommt Gut Dann habt ihr mich halt wrong geproovt Man bekommt tatsächlich mehr Gold Wenn man ein großes Inventar hat Wenn man die blaue mitnimmt Allerdings jetzt auch nicht so viel Gut Da wurde ich jetzt halt mal wrong geproovt Gut Ich sehe meinen Fehler ein Wenn man blau mitnimmt Aber bei der Voraussetzung Wenn man ein großes Inventar hat Das quasi Ich muss sagen mittlerweile bin ich echt stolz Dass ich so viel Ausmisten konnte 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Seiten frei Alter Woher hab ich mit 3 freien Seiten gespielt? Und mit 3 freien Seiten Da wär wahrscheinlich der Boni dann weg gewesen Joa Jetzt hab ich hier auch nochmal einen Boss Natürlich dieses Das lege ich nämlich natürlich mit Da kann man halt noch schön weiter farmen Quasi ging jetzt einen Run Mehr oder weniger Quasi eine halbe Stunde Das heißt man verkauft dann auch nur zweimal Sein Zeugs Ich muss auch sagen Ich muss auch sagen dass ich auch weniger verkaufe In den Zwischenwelten Allerdings Ja wie gesagt Da droppen halt auch noch kaum Blau Ja Da wie gesagt Wurde halt jetzt wrong geproovt Blau mitnehmen bringt halt doch mehr Ja Was gibt's jetzt noch zu tun Genau ich wollte noch eine Runde craften Genau Ich hab kurz vergessen was ich machen wollte So Ich wollte ja noch die paar Sachen die ich hier hab Einmal eine Inventarbank hier mal craften So Aber die Aber die 1700 Gold die ich in der Zwischenwelt nach Farm bekommen Äh Schlägt das nicht Ja Dann Ja Bin auch mittlerweile über dem Belegen Soll ich wirklich noch die Waffen Äh Wie heißt es hier Sammeln Und dann hoffen Oder irgendwie so Weil ich denke mir da so Hm Mittlerweile eher weniger Also eher Also So Ganz denke ich mir nicht mehr Dass ich dann nochmal wirklich mir Die Zeit nehme Und sage Bam Jetzt mache ich mir nochmal eine Waffe Ich glaube dass ich das jetzt einfach dann Ruhen lassen werde bis zur nächsten Erweiterung Bis dann die nächsten Bis das nächste Level Cap kommt Bevor ich mir jetzt nochmal hier dann die Arbeit mache Ich glaube dann werde ich demnächst einfach Ohne anzugucken Einfach verkaufen Weil so letztlich habe ich nochmal eine 89% Waffe gefunden Lila Und die habe ich dann anscheinend verkraftet Aus Versehen Und dachte mir so Oh man Das hätte sie austauschen können Gegen eins dieser schlechten Items Beziehungsweise war es Ich war kurz dabei Die beiden Ne ich glaube Die Die beiden Items zusammen zu klatschen Um dabei die beiden guten Werten in ein 2 Platinum Items zu bekommen Und dann hätte ich die beiden zusammen geklatscht Und dann hätte ich hier Schon mal ordentlich mehr Gute Werte gehabt Beziehungsweise die zwei richtigen Wiesenwerte Wäre dann weg gewesen Aber hm Aber das ist jetzt quasi egal Jetzt möchte ich unheimlich viel Lack haben Habe ich aber leider nicht Umkehren Noch mal kombinieren Oh geil 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 Hammer nice Da hat was geklappt Alter Alter das ist der fucking Video Bonus Meine Fresse Alter Der Video Bonus hat schon wieder zugeschlagen Alter Alter Da klappt nichts 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 Mach mal ein Video an Boom Klappt alles Boy Ich crafte glaube ich nur noch im Video Das Das ist Das ist schön Sogar Sogar hat die guten Werte übernommen Alter Den 88er Wert Den 86er Wert Den 83er Wert Also Also den 81er Wert hat halt nicht übernommen Also Also besser hätte es nicht droppen können Also Das Ist schon echt nice Beim nächsten Crafting Was ich eigentlich nur erwarten will ist Bitte nimm den 89er Wert mit Der Der Rest kann noch Dann Das ist Das ist Minimum bitte Das wird Schon nice So Allerdings bin ich ja noch nicht fertig Habe ja noch was zu craften Allerdings Kann das schon jetzt kaum noch getoppt werden Aber Je mehr Glück desto besser Da ist mir ja quasi egal was da rüber kommt Hauptsache Es wird Ist auf jeden Fall schön zu sehen Diesmal Also bei den Amulets Ist halt nix dabei rumgekommen So Das motiviert einen schon wieder Weißt du Da macht man ein Video Dass man keine Motivation mehr hat Und dann Bam Schlag auf Schlag Kriege ich wieder Motivation das Spiel zu spielen Also so muss das So muss das So muss das Das plötzlich wieder ein paar Sachen Wie heißt es Klappen Zufälligerweise im Video Finde ich halt echt nice So Umkehren Umkehren Wieder nichts So jetzt der letzte Versuch Wieder Traum und Gold kombinieren Und Leider auch nicht Ja War aber auf jeden Fall schon mal enorm Erfolg gehabt Macht Einmal die Waffe Besser Das ist schon enorm Erfolg finde ich So jetzt nämlich Ein Item Aus der Bank Und pack sie als Füller Item So So Dann habe ich wieder hier drei Items Ja Was macht man als nächstes Weiß ich nicht Beziehungsweise weiß ich jetzt doch Ich werde jetzt erstmal Heftig Neumund farm Bin noch am Zwiespalt Ob ich jetzt gleich Ein Stream anfangen zu starten Ich meine wenn ihr das Video seht Wisst ihr ob ich gestreamt habe oder nicht Allerdings kam heute schon vierte Minuten BDU Video Also hm Und ich weiß nicht inwieweit mich dann halt die Motivation wegnimmt Wenn man jetzt ein Livestream macht über ein paar Stunden Weil meistens ist danach auch wieder die Motivation weg Ich glaube ich werde Oder ich werde vorher direkt ankündigen Hey Leute Ich werde nur Einmal richtig Ich glaube ich kündige ihn vorher an Und sag ich werde eineinhalb Stunden oder so fahren Und dann Ist gut Boah das ist ein guter Plan So auf jeden Fall War auf jeden Fall von Erfolg gekrönt die Folge Eine wunderschöne Waffe Quasi jetzt schon besser als die die ich jetzt hier drin habe Allerdings will ich halt viermal Platinum haben Das heißt Wenn man jetzt den schlechtesten Wert mit dem 68er austauschen würde Wären 82 Das wären nochmal 14% mehr Wäre eine 340% Waffe Ey genau was ich will Selbst wenn die schlechtesten Werte übernommen werden würden Hätte ich mein Ziel erreicht mit der Waffe Da es ja quasi nicht möglich ist Bei Zeiten eine 360% Waffe hinzukriegen Ist das für mich vollkommen okay Also man muss halt auch dementsprechend halt angucken was möglich ist Und dementsprechend seine Ziele unterstellen Ansonsten ja würde ich ihr dann irgendwann doch kaputt gehen bei dem Spiel Wenn ich mir überlege dass die Ziele die ich mir vorher gestellt hatte Quasi gar nicht möglich sind Nicht in der Zeit in der ich das fertig haben will Zum Beispiel mit der 360% Waffe Ich meine ich habe noch nicht Ein 90er Wert gedruckt bekommen Und dann noch etliches weiter Wie gesagt drei Jahre für Ne Fünf Jahre glaube ich fürs Klee Und drei Jahre für die Draken Auf jeden Fall mindestens drei Jahre Brauchst 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 eh um irgendwas zum Hexen Ja Ich würde mal sagen mit diesem erfolgreichen Video Verabschiede ich mich dann Und dann sieht man sich beim nächsten Video Wieder Ciao Ciao